Stimmung Ja, es ist so witzig Ja, die ist gut Ja, die sind wirklich klappt Bist du nicht? da runter? Das ist aber nicht so nice. Ich hätte sterben können, bis sie auch ein bisschen angeschlagen ist. Feindlicher Soldat. Nein. Jetzt habe ich ein Messer. Na danke. Und bringe den Thomas. Toten Briefkasten. Okay. Was habe ich denn? Ist das alles? Darf ich das Messer? Hier wird immer kälter. Finde eine Wärmequelle. Ja. Das ist ein bisschen witzig, oder? Was soll es denn hier eine Wärmequelle geben? Da sehe ich was. Was ist denn das hier? Kann ich mich hier anwärmen? Oder nicht? F. Abgestochen. Oh ja. Was zur Hölle soll ich denn damit machen? Ich wärme mich, aber es ist schön. Okay. Da gibt es ja auch irgendwas cooles. Was ist denn das hier? Oh ja. Der Skizak haben wir auch. Wärme. Oh nein. Habe ich mich angezündelt, oder was? Kann ich mir mal einer erzählen, wo ich hin muss? Ich werde jetzt mal hier leben. Es ist so krass. Ich erfriere doch. Vorne die Wärmequelle bitte. Und hier gibt es keine Wärmequelle. Das ist das Einzige, was es hier gibt. Das finde ich nicht so nice. Ist schon klar, dass ich nur so eine Kacke hier habe. Oh mein Gott, nein. Unterkühlung. Ja, ja. Ich weiß. Danke. Hier ruh ich mich erstmal eine Runde aus. Wenn ich noch eine raufe. Scheinbar nicht. Gut. Dann rüben wir uns erstmal ein paar Sekündchen aus hier. Und dann geht es einfach mal weiter. Bam. Komm schon. Hör auf da. Um zu frieren in der ganzen Zeit. Ich laufe jetzt mal einfach den ganz geraden Weg. Oh, was ist das? Ah, ich laufe nicht den ganz geraden Weg. Ich laufe da erstmal rüber und wärme mich eine Runde auf. Und dann renne ich weiter. Oh nein, ich kann hier auch noch ein paar töten. So, mein Freund. Ich wärme mich mal in deinem Feuerchen auf. Oh nein. Was ist denn los? Wieso zuckst du so komisch? Was ist denn los? Oh nein. Oh nein. Großer Fehler. Haha. Sehr gut. Es ist so derbskalt. Die Waffe ist tot. Okay, okay, okay. Nice. Die Waffe ist tot. Die Waffe ist vollkommen blöd. Okay, okay, okay. Die ist, glaube ich, wesentlich besser. Ja, die ist besser. Nur noch 42 Energie. Ich müsste mal wieder ein wenig Energie planten. Okay, okay, okay. Energie ist gut. 100. Fertig. Jetzt rennen wir da aber mal hin. Keine Ahnung wo, aber wir rennen. Da müssen wir lang. Aber wir kommen hier nicht lang, oder? Ja, ja, ja. Es ist kalt. Oh mein Gott, voll vorbeigerotzt. Gib mir mal einen Ofen hier. Oder was das da immer ist. Das ist kein Ofen. Kann ich noch was fahren? Nein. Natürlich nicht, aber das ist ein Feier schon. So. Oh, oh. Aua. So, jetzt muss ich nochmal ein verlinkstige Waffe noch mitnehmen. So, wenn ich das eine andere Waffe. Okay, die ist so nice. Die ist gut. Na, 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 na. Es wird immer heißiger. Was soll das denn? Hab ich das jetzt verloren, das Ding? Oh man, schnallt's doch fest auf den Rücken. Was soll denn das? Was soll das? Oh, jetzt bin ich auch in den Wasser gelandet. Na, verdammte. Verdammte. Ach, nochmal. Ich bin immer mir richtig ... Was soll das? Ach, jetzt bin ich auch in den Wasser gelandet. Nein, verdammte. Das war's. Was soll ich tun? Nein, das wird ja wohl nichts. Vorher war mir schon eisig kalt und jetzt? Ja, ich gehe ja schon. Im Motorrad, für deine Sicherheit. Mama, ich gehe nicht. Nein, ich gehe nicht hin. 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 Ich trinke mich mal. Bleib mal. Wenn ich noch nicht hin habe, bin ich glücklich bin. Ich bin froh, ich bin froh. Nein. Ich bin froh. Oh, ich... Oh, ich... Na toll. Ja, ja, Mann! Ich spresse mich doch nicht. Ich fliege da total durchnäßend Schnee und überlebe das? Okay. Was denn da los? Hallo! Ich mach gar nichts, was? Ja, das ist schon mal. Okay... Okay... Oh... Okay... Okay... Cool... Okay... Okay... Ich habe den wenigsten, dann habe ich den tollesten, aber das ist das Wichtigste. Ich habe den Ich habe nicht mehr Zeit. Ich habe nicht mehr Zeit, ich habe nicht mehr Zeit. Ich habe nicht mehr Zeit, dass ich die BOMBA in der Tyskland habe. Sie transportieren Sie in Tyskland und mit dem Mord stoppen Sie. Sie arbeiten mit dem Führer, Sie haben die Kraft für Sie alle diese Beherrung. Sie können nicht mehr Zeit kommen, ohne Tung-Twanne zu verabschieden. Ja! Und dann noch wirklich so weit wie gut ich habe. Okay, Baby. Auf den Schufall. Okay, Mama. Du har lagt dir instrukser, så ich skal stoppe Tyskerne fra få tomtmannet. Oh, ich kann auch noch sehen. Etter schwerer Wasserfalladen. Wo will ich denn jetzt hin? Tyskerne haben informasjonen und motstandsbewegungen von Politistansionen. Ich muss ödelegge das. Ja, hab ich jetzt einfach mal so die Wahl, oder was? Ist immer jetzt ärgerlich. Ich will nicht die Wahl haben. Ja, Baby! Ab zum Dorf! Was macht er jetzt? Fährt er jetzt am Dorf vorbei, da Florian? Bestimmt. Ja, Baby. Nein! Oh Gott! Das wollte ich nicht. So. Auf geht's. Das ist richtig im Dorf, glaube ich. Ne, glaube ich nicht. Das bin ich, ey. Ja, springen! Oh nein! Ich bin nicht so geil. Oh Gott! Oh Gott! Ich schlag ihm wohl nicht zu. Ja, ich weiß nicht, wie hat er zu öffnen. ZUFALLNE Waffe rum. Nö. Nein. Nein. WUCH! WUCH! Für du, für Sorgen, Alter. WUCH! Ach dann da Jungs, jetzt muss ich leider hier nochmal an das Ding ran. Schande. Ich kann auch nix schießen da. Ist nicht so nice. WUCH! WUCH! Okay, warum? Das ist ein Auto. Oh Gott! WUCH! So! Nein! Oh nein, ich wollte doch gerade einsteigen und ich bin tot. Schade, gut, jetzt muss ich erstmal was essen. Ich wünsche euch erstmal noch ne schöne.